Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin Magidwafi und wir sind unterwegs auf Wadi mit dem T-54E1. Wir haben ein Gefecht der Stufen 8, 9 und 10, das heißt wir sind mit hier. Wir haben drei Panzer der Stufe 10, vier Panzer der Stufe 9, der Rest sind der Achter. Und ich habe mir diesmal überlegt, ich mache mal was ganz Verrücktes, ich war mal in den Norden mit diesem Panzer, weil da ja immer wenig bespielt wird, habe ich gedacht, vielleicht kann man ja da auch mal überraschend auftauchen. So, unsere drei Medios sind jetzt schon durchgekracht. Ah, da konnten wir den AP-AMX-30 einen mitgeben. Jetzt ist dahinter noch ein Soba-ASM aufgetaucht. Ich gehe in den Reload, weil bis ich da vorgefahren bin, dauert es eine Weile. In der Zwischenzeit lade ich auch ungefähr nach. So, jetzt ist da oben schon ein AE-Face-1 aufgetaucht. BZ-176. Panzer, mit dem ich überhaupt nicht gerechnet hätte. Den habe ich eher in der Mitte gerechnet. So, und dann ist der Oma-ASM. Zwei getroffen, der dritte abgeprallt, der dritte trifft wieder. So, man kann nur zwei unterbringen von seinen drei Schissen. Soviel Schaden haben wir ja auch nicht gemacht. Also 345 ist jetzt sehr niedrig gerollt. So, ich habe jetzt erstmal aufgepasst, ob das so man schon mal rumkommt. Aber jetzt habe ich mir gedacht, ich fahre es mal hier hoch und dort mit. Und dann eben. AE-Face-1 haben es jetzt schon geklärt. Der AP-AMX-30 wird auch geklärt. Jetzt ist noch der BZ-176 oben. Aber halt ein schwerer Gegner. Frontal. Gut, ist sich halt wirklich nur seitlich. Da schlägt mich auch nicht wirklich. Hat noch Spechschaden. Jetzt kann ich auch mit meinem Seitschuss rausnehmen. Jetzt müssen wir erstmal abwarten, dass wir wieder zugehen. Wird aber schwer, weil hier der zu oben eingefahren ist. Das heißt, aus der gegendorischen Base kann auf uns geschossen werden. So, steht 3 zu 3. Laut Anzeige 1000 habe ich hinten. Unser T-110E-3 nimmt den T-110E-4 raus. Beides Amerikaner. Jetzt müssen wir hier, dass wir den Schießer, wie der ausgesprochen wird. Ah, der dritte trifft. Aber der geht auch wieder an Felsen. Eins von vier. Der hat die Idee, könnte jetzt schon draußen sein. So, 5 zu 3. Jetzt sind wir doch knapp 1000 HP vorne. So, das wurde da so oben ASM rausgenommen. Das heißt, 10 Sekunden warten, dann geht's halt zu. Das waren noch keine 10 Sekunden. Ich war noch offen. Dieser Schaden hätte ich nicht sein müssen. 8 zu 3. Ich bin jetzt bei den meisten Gegner auf One-Shot. Das heißt, großartig auch wieder vorne fahren und die schwache Panzer, relativ schwache Panzer rum. Zu hoffen, dass da was abprallt, hat mir so kein Glück. Deswegen lieber abwarten und sehen, was passiert. Was gut ist, wir sehen auf der Karte, wo die als letztes Mal alle gespottet worden sind. So, der SAPTK, da ist jetzt unerreichbar. Dann freut sich der Panzer auch. Aber da die mich jetzt nicht angreifen können, hab ich gedacht, ich falle jetzt auch noch mit da vorne. Aber wenn sie mich jetzt schon nicht angreifen können, dann kann man die Chance nutzen. So, der ist jetzt hier hinten gespottet gewesen. Der SAPTK hat geschossen. Und jetzt tue ich ihn einschenken. Zwei Stück. Der dritte Schuss kommt leider zu spät. Der Type-160 hat ihn vor mir rausgenommen. Letzten Schuss lassen wir nicht drinnen. Und dann nochmal nachladen. So, was jetzt machen? Der britische Jagdpanzer kann jetzt auch hier unten rum kommen. Er kann auch woanders lang fahren. Da ihr es seht, er kann jetzt auch irgendwo ankommen. Aber der Rheinmetall ist schon mal raus. Das heißt, wir haben noch die kleine Mistradde. Der letzte TD ist auch raus. Heißt, kleine Mistradde. Da die von der Mitte nach Richtung Nord gefahren ist, habe ich gedacht, dass er jetzt hier auch wieder auftauchen wird. Auftauchen sollte. Jetzt bin ich aufgegangen, deswegen fahre ich auch zurück. Und er ist aufgegangen, dann schoss ich mit Blick daneben. Hätte mich aber auch Reinduritschkorn töten können. Aber ich nehme ihn raus. 15 zu 8. Und wir schauen uns noch das Gefechtsergebnis an. Und die Runde auf Wadi mit dem T-54E1 war ein Überlegungsabzeichen zweiter Klasse. Wirkungsfeuer Handgottes haben wir gekriegt. Mit unseren 3.605 Schaden haben wir den meisten Damage gemacht. Ganz knapp vorne Renegade. 2 Kills, 1.006 Basiserfahrung. Und wir haben 16 mal geschossen, 12 mal getroffen, 10 mal penetriert. Und in den 9 Minuten und 35 Sekunden, was die Runde gedauert hat, haben wir 47.647 Restplus gemacht. Wenn euch diese Runde gefallen hat, dann lasst doch bitte ein Like da. Über einen Kommentar wird mich auch freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Gefecht.